ja hallo zusammen hier ist francesca von fairplayed wir sind heute in wuppertal im wunderschönen stadion im zoo am zoo tut mir leid genau denn der wuppertaler sv hat im januar eine sehr erfolgreiche crowdfunding-kampagne auf fairplayed durchgeführt und zwar 130.000 euro am ende sind rausgekommen mit hilfe von 2000 unterstützern also eine wahnsinnig hohe zahl und mit mir heute ist sebastian vom wuppertaler sv einer der masterminds sozusagen der kampagne ja sebastian erzähl doch mal wie ist die idee entstanden crowdfunding zu nutzen für euren verein und ja wie seid ihr dann auf fairplayed gekommen ich will jetzt nicht zu weit aus holen ich glaube da kann man enorm lange drüber sprechen fakt ist einfach dass wir in einer situation waren in der relativ kurzfristig relativ viel geld zustande kommen musste um den fortbestand des vereins weiterhin zu sichern es gibt natürlich diverse testimonials in dem bereich schon die bewiesen haben hey da ist fairplayed und dementsprechend das crowdfunding auch eine echt gute möglichkeit das zu schaffen und da war für uns relativ klar dass wir das halt über über das crowdfunding nutzen wollen es geht schnell es ist sehr transparent man hat die möglichkeit den spendenstand dauerhaft einzusehen und jeder fühlt sich irgendwie mitgenommen wenn man zeitwegs vernünftig gestaltet und das war dann unsere aufgabe und wie man am ergebnis sieht haben wir das alle zusammen glaube ich ganz gut hingekriegt ja allerdings das hat man echt gut auch mit verfolgen können wie ihr da tag und nacht gearbeitet habt an eurem projekt ja ich kann mich noch erinnern an euren anruf ich glaube es war ein mittwoch abend wo ihr dann angerufen habt und meintet ja wir wollen morgen starten unser ziel sind 100.000 euro da dachte mir zuerst okay sehr ambitionistisch was ist denn euer plan erzähl doch mal wie ihr das so alles aufgebaut habt eure kampagne die war ja unter dem motto dein euro für den wsv erzähl doch mal was dazu also wir sind hier in wuppertal in einer ja so genannten arbeiterstadt in in nrw gibt es viele auch außerhalb des ruhrgebiets die sich eher über den euro definieren als über den 1000 euro scheinen sag ich mal und deswegen war für uns relativ schnell klar wenn wir eine erfolgreiche kampagne starten wollen dann funktioniert das erst mal nur so dass wir ja die leute dort abholen wo sie sind nämlich bei der tatsache dass es halt nicht für viele geht mal eben so einen vierstelligen betrag rauszuhauen und da war für uns relativ schnell klar dass wir den euro für den wsv ausrufen wollen da gehört natürlich einiges mehr dazu und einiges mehr an plan und das hat sich ehrlich gesagt sehr sehr gut entwickelt mit der zeit also wir hatten ganz zu anfang pläne die wir nicht umsetzen konnten wir hatten relativ schnell die situation dass es unglaublich gut auch von den fans angenommen worden ist und der plan der im vorhinein da war der war sicherlich ja relativ ausführlich aber man muss auch einfach festhalten dass viele dinge in making quasi passieren und währenddessen man dann am plan eigentlich noch feilt im vorhinein hatten wir mit testimonials ideen das video technisch umzusetzen wir versucht wir haben versucht dass viel mit den fans und fernorganisationen auch umzusetzen das hat alles so zu ich sag mal 70 80 prozent geklappt aber nichts war bei 100 prozent und ich glaube dass das dass die enorme arbeit die wir da reingesteckt haben das dann kompensiert hat so dass wir halt alle leute mitgenommen haben unsere sachen umgesetzt haben und im endeffekt die jahrhunderttausend beziehungsweise mehr als hunderttausend dann auch zustande gekommen sind du hast schon erwähnt wie die fans mitgearbeitet haben bei eurem projekt bei eurem projekt war ja auch sehr gut zu sehen wie ihr den prämienshop genutzt habt erzähl doch mal ein bisschen wie wie ihr den gefüllt habt was dafür ideen von euch kam beziehungsweise ja wie der einfach gefüllt wurde von eurer seite das funktioniert tatsächlich nur über transparenz also wir haben von anfang an gesagt wir wollen jeden fan mitnehmen das heißt jeder fan der lust hat eine premiere einzustellen kann das an uns senden wir haben dafür eine e mail adresse freigemacht dann konnten fans uns vorschläge schicken von klorollen haltern die aus wuppertal sind die gefertigt worden sind im fußball design über quietscheenten mit wsv logo drauf bis hin zu alten devozialien aus der aus der historie des vereins haben wir enorm viele sachen zugeschickt bekommen als vorschlag und dann gab es halt auch einen ziemlichen auflauf bei uns auf der geschäftsstelle dass leute vorbeigekommen sind und gesagt haben hey sagt mir irgendwas ich will einfach helfen und das dann teilweise noch zu verbinden mit einer eigenen prämie war super wir haben hier leute die häkelkurse angeboten haben wir haben leute die die kochkurs die mit unserem verein eigentlich streng genommen nicht so viel zu tun haben die aber gesagt haben hey wir können euch nicht finanziell unterstützen aber wir haben ein restaurant gebieten kochkurse an habt ihr nicht lust das auch noch zu verlosen es war enorm was von außen gekommen ist und dann geht es halt ans einstellen und das war dann die arbeit von 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 tim und von mir der dem leusmann der kollege der ja im prinzip auch haupt verantwortlich war das ganze mit mir zu machen der ist dann eher für den grafischen teil zuständig gewesen ich eher für die texte die dazu halt auch gehören also finde es auch extrem wichtig dass man das noch mal sagte bild ist schön text ist auch schön aber das funktioniert halt nur zusammen und dann halt die preisfindung und jedes enorm schwierig man weiß nie so richtig was ist ein 40 jahre altes wappen wert was kann man dafür verlangen und ja das war halt auch enorm schwierig das so festzuhalten es ist aber enorm einfach also man kann im back end von verbläht enorm einfach die sachen einstellen einen wert festlegen und dann ist wenn man das vorbereitet hat innerhalb von 60 sekunden eigentlich eine prämie drin das ist wirklich toll und das hat uns auch die arbeit enorm erleichtert was habt ihr denn für learnings gezogen jetzt zum beispiel bei der preisfindung was was ist das den leuten wert teilweise enorm viel also das ist den leuten enorm viel wert und die emotionalität die bei vielen mit drin steckt die kann man eigentlich gar nicht in zahlen bemessen ich glaube dass viele leute viel mehr gegeben hätten in manchen situationen und dass man dinge auch für ein bisschen mehr einstellen kann als man es vielleicht glaubt klar produziert man dann vielleicht auch mal den ein oder anderen ladenhüter wenn die sachen relativ schnell weggegangen sind in der vergangenheit oder in den letzten stunden dann heißt das nicht dass man sobald man was einstellt dann sofort wieder den nächsten topseller da produziert hat das funktioniert glaube ich nicht so gut aber man soll sich ruhig auch mal den mut antun und sagen hey dann setze ich nochmal 50 euro drauf und kann somit dem dem ziel was vom verein oder von der organisation eben kommt deutlich näher jetzt noch mal zur bewerbung des projekts wie seid ihr das angegangen also ihr habt ja schon euch vorher einen plan gemacht und das glaube ich auch schon vorher angekündigt erzähl doch mal was also es funktioniert glaube ich sehr gut über soziale medien heutzutage facebook instagram haben wir eigentlich dauerhaft bespielt die story bei uns bei instagram hatte glaube ich durchweg irgendwie 15 bis 20 post es funktioniert sehr gut übers verlinken bei den bei den instagram postings und man muss halt alle leute im boot haben also bei uns war das so dass wir auch enorm viele spieler hatten die dann da mit dabei waren die haben natürlich auch eine gewisse reichweite ab einer spielhöhe jungs die vorher in der zweiten dritten liga gespielt haben die haben natürlich ein paar mehr follower als vielleicht jemand anders der gerade aus der jugend gekommen ist das hilft auch enorm also je mehr multiplikatoren man da hat desto besser über die sozialen medien auf jeden fall auch über die presse kann man das sicherlich tun wenn man eine lokale presse hat die einem gut gesonnen ist funktioniert das vielleicht noch ein bisschen besser als bei uns aber das funktioniert auch sehr gut über die eigenen medien wir haben fast 18.000 leute die uns auf facebook folgen fünfeinhalb tausend die uns auf instagram folgen also man darf die followerschaft da tatsächlich nicht unterschätzen wenn man das ganze verbreiten möchte aber es kommen auch rentner die wahrscheinlich von instagram noch nie in ihrem leben was gehört haben und sagen ich habe es irgendwie gehört ein kumpel in der kneipe hat es mir erzählt und ich habe hier 500 euro und ich würde die ganz gerne spenden also jeden weg den man irgendwie ausloten kann den sollte man auch ausloten und da sich vielleicht auch nicht blenden lassen von falls das junge leute machen so wie ich es ja auch nur einer bin dass es halt nicht nur über die social medias funktioniert aber eben auch du hast erwähnt dass ihr die spieler mit eingesetzt habt mussten die denn sehr davon überzeugt werden oder haben die das gerne gemacht wir haben keinen spieler selber angesprochen also das ist die ganze zeit so gewesen dass die jungs seine eigendynamik entwickelt haben wir haben keinen spieler selber angesprochen der erste der glaubt zu uns gekommen ist war der peter schmetz innenverteidiger von uns spielt schon lange beim wsv arbeitet hier in wuppertal wir haben kein voll profitum hier das heißt die jungs gehen teilweise vormittags arbeiten nachmittags zum training und er hat sofort gesagt wenn ich irgendwie was helfen kann sagt bescheid ich könnte ja zum beispiel mal mit einem fan ins kino gehen und daraus entwickelt sich enorm viel wenn man jemanden hat der sagt hey ich bin ich bin vizekapitän hier ich spiele hier seit fast fünf jahren die fans kennen mich stellen mal was ein von mir und da haben sich dinge entwickelt die einfach eine gewisse eigendynamik hatten dann haben wir ein feierabendbier mit unserem trainer eingestellt wir hatten trainingseinheiten die von dem trainer und auch von peter gegeben worden sind die auch allesamt weggegangen sind und was ich auch sehr toll fand seinen innenverteidiger kollege von peter der tjoban opov hat zum beispiel eine riesig große wsv leinwand selbst designt und da hat man natürlich dann glück dass man jungs hat die neben dem fußballspiel noch ein anderes talent haben nämlich bei ihm in dem fall dass er künstlerisch sehr begabt ist und er hat dann da eine leinwand hingelegt die die unglaublich war und das hat dann alleine noch mal 500 euro glaube ich gebracht und jeder spieler der bei uns hier spielt der tut es nicht fürs große geld aber die jungs haben eine große verbundenheit zum verein und das haben sie damit mal wieder gezeigt ja das hat man auf jeden fall gesehen das ja dass da auch viele prämien dazu kamen von den spielern das ist ja immer was besonderes für die unterstützer weil sie das so was sonst halt nicht einfach erwerben können das ist ja auch eine der Überzeugungspunkte warum man dann auch unterstützt Ja was würdest du denn sagen waren die haupt erfolgsfaktoren für euer projekt kommunikation ist alles wie im leben Also wenn man miteinander spricht auch mit euch von verbläht ist das immer ein ganz guter hinweis Ihr habt da einfach gewisse erfahrungen auch bei anderen projekten gesammelt und da sollte man auch drauf setzen wenn man also fragen hat Es gibt ja ich denke mal ist ja nicht nur bei uns sondern auch bei allen anderen die möglichkeit euch da fast tag und nacht anzurufen was auch gut genutzt haben glaube ich Und das ist sehr 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 gut glaube ich wenn man das so umsetzt im allgemeinen Die die große verbreitung die man schaffen muss um Resonanz zu bekommen bei fans bei den medien die ist enorm wichtig und hat extrem viel manpower also sachen einzustellen Immer wieder die leute dazu zu bringen die seite zu aktualisieren klicks zu generieren damit sie sehen hey da ist noch eine prämie Eigentlich wollte ich nichts mehr kaufen aber das ist so super das will ich mir unbedingt sichern Das haben wir enorm oft gehört als resonanz was Uns dann teilweise auch sehr mitgenommen hat sage ich jetzt mal emotional dass leute wirklich ihr letztes hemd gegeben haben Funktioniert aber halt nur wenn man kreativ ist und wenn man extrem viel zeit da rein steckt also wir haben sicherlich vier bis fünf tage Der zehn tage bis zu 16 stunden hier verbracht um das alles eben einzustellen und Um uns für jeden der daran interessiert ist dass der verein weiter besteht auf deutsch gesagt den arsch aufzureißen und das ist dann auch ein wichtiger erfolgsfaktor ohne frage und die mitarbeit der spieler also wenn man als vereine geschlossenheit signalisiert die fans mit dem die spieler mitnimmt und die stadt auch irgendwo mitnimmt auch unser oberbürgermeister war da mit am start und hat sich Bei uns einige prämien gesichert sponsoren sind sicherlich auch noch mal ganz guter multiplikator alles leute die eine gewisse reichweite haben und die man nutzen kann und die im besten fall auch noch emotional das ganze weiterleiten weil sie eben per mund-zu-mund-propaganda die sache so cool finden dass sie es eben menschen erzählen ich glaube das ist zu einem großen gesamtkonstrukt geworden was dann im endeffekt die er den erfolg hatte den es dann auch hatte Die kampagne ist ja jetzt schon über einen monat her Gefühlt ist es gestern gewesen Tatsächlich ja ja wie fühlt es sich denn jetzt noch an wie sind denn so die nachwehen von so einer crowdfunding kampagne ist enorm viel Organisationsarbeit das glück ist dass wir da jetzt da wir auf der geschäftsstelle ganz gut aufgestellt sind immer noch mehr leute haben die sich daran auch beteiligen das ganze Abzuarbeiten das ist dann weniger unser part Tim und ich sind da eher für die erstellung und für die mediale präsenz da gewesen das was da jetzt nötig ist also die prämien verteilung danach die kommunikation mit allen unterstützern allen spendern aufzunehmen das ist dann auch natürlich mit unserer arbeit wir posten das dann weiterhin natürlich auch über die social medias ist dann auch enorm wichtig alle die sich eine prämie gesichert haben oder die auch eine prämie eingestellt haben in irgendeiner form mitzunehmen wir haben hier das letzte Saisonspiel wo wir alle die eine prämie hier eingestellt haben noch mal einladen persönlich auch weil wir gesagt haben hey das ist super dass ihr uns wenn ihr auch nicht monetär gespendet haben teilweise war das aber trotzdem so dass sie monetär gespendet haben wenn ihr das schon gemacht habt dann klar kommt her wir machen eine kleine kleine party hier sozusagen am letzten spieltag jeder spender kommt noch mal unten auf den rasen 1 2 werden interviewt so dass man auch ein wir gefühl weiterhin hat dass man mit den leuten transportieren kann und das halte ich für extrem wichtig dass auch auf dauer ja zu weiterhin mit mit den leuten zu ja offen zu halten eigentlich dass man dass man den leuten sagt ihr seid auch ein teil von der aktion und für uns geht es jetzt darum die prämien zu verteilen da sind wir gerade mittendrin in den letzten zügen um zu sagen hey am montag geht es dann los dann könnt ihr die prämien ja abholen teilweise werden die sachen verschickt wir haben unterstützer aus der schweiz gehabt aus österreich aus der türkei aus den usa sogar aus allen nachbarländern eigentlich von deutschland und das ist enorm also wir haben uns auch die mühe gemacht die texte die wir geschrieben haben auch in andere sprachen zu übersetzen weil wir ganz genau wissen traditionsfußball ist einfach eine marke egal in welchem land und traditionsbewusste fußballfans zu erreichen ist unabhängig von grenzen und wir wissen dass das eben auch gefruchtet hat und das ist eine tolle sache aber das verursacht auch dass man enorm viel im nachgang machen muss und da sind wir gerade mit dem prozess zum schluss würde ich gerne noch mal nach einem oder nach deinem number one tipp für zukünftige projektstarter fragen tatsächlich das was uns ein bisschen gefehlt hat glaube ich nämlich eine sehr detaillierte vorlaufzeit und vorbereitung da kann ich auch ganz selbstreflektiert reden wenn man selber von von den vorständen oder auch von der gesamtführung des vereins relativ kurzfristig darüber informiert wird wie das bei uns einfach war das war für uns auch ein schock dass so viel geld dann in dem moment fehlt dann ist das natürlich nicht der best case da muss man das habt ihr ja auch gemerkt wenn man euch dann schnell anruft und sagt hey es muss jetzt im besten fall morgen alles stehen kann klappen muss aber nicht also wenn man die möglichkeit hat das vielleicht über zwei drei wochen oder vielleicht sogar vier wochen vorzubereiten weil man weiß hey das steht an es ist nicht existenziell aber es ist für uns wichtig dass wir ja das projekt durchkriegen dann ist das glaube ich was was alle ja auch ein bisschen ein bisschen ruhe gibt die uns dann auch gefehlt hat und das heißt nicht dass es dann nicht klappt wenn man es kurzfristig macht also das ist es nicht aber mehr vorbereitung liefert einfach mehr sicherheit in dem bereich auf jeden fall ja das stimmt ja vielen dank sebastian das waren sehr viele auch wertvolle worte für für uns und auch für unsere zuschauer und zukünftige projektstarter ja vielen dank wir freuen uns vielleicht über euer nächstes crowdfunding projekt und wünschen euch natürlich auch viel erfolg weiterhin für die restsaison und für die zukunft vielen dank vielen Dank